Okay, erstes Schaffee im neuen Addon. Junge, Junge. Und dann gleich auch so eine komische Lobby, ey. Ach, du Jemitee. Den brauchen wir hier nicht. Oh, Digga, was nimmt man denn stattdessen? Der ist, glaub ich, ganz gut, ne? Ich glaub, der wär hier actually ganz gut gegen DK. Cat wins, ja, werden wir sehen. Der muss sich erst mal beweisen. Ey, ich bin echt gespannt. Junge, erstes Shuffle. Ich fühl richtig aufgeregt. Geil. Okay. Langsam muss ich aufpassen. Sehr guter Sleepwalk. Wow. Nice. Ich muss auch erst mal reinkommen, ne? So, Bandish haben wir. Sehr gut. Alter Schwede, ich mach am wenigsten Schaden, ne? Junge, Afli, Junge. Wie hat der Afli denn reingehauen? Digga. 600. Der doubelt einfach Snoopy so. Junge, ist das sick. Zum Glück hab ich ein Lock gelevelt. Alles klar, Afli, man. Ganz, äh, keine Ahnung. War within. War da hier gerade? Sehr gut. Gekickt. Oh mein Gott. Oh, ha. Oh, ha, Alter. Oh, die hat die Bewohner richtig hops genommen. Was ein Damage. Jo, guck dir den Evoke. Die haben wir es richtig aufgenommen. Ach du Scheiße, ey. Ja, okay, das kannst du auch nicht erinnern. Ja, und nicht getrappt, gar nichts, ey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh. Oh. So. Ich könnte jetzt trappen. Oh. Den wollte ich gar nicht werfen. Oh. 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 Eieieiei. Alter Schöne. Ich mach aber nicht viel Schaden auf Survival, ne? Ich werd gleich mal Marksman abchecken. Falsche Hero-Talents? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sind die ganz gut. Aber das ist also das, was die da machen, das ist ja schon... Oh. Oh. Nö, 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 nö. Oh. Oh. Typisch히, ah, nö. Da männlich er mich... Oh. Oh. Digga. Also der Lok ist jenseits von gut und böse. Junge, alter Schwede, also das steht in keinem Verhältnis, ist das krank, Alter, der macht auch 6-0 hier, glaube ich. Ich glaube, wir müssen Lock machen, es führt kein Weg drum vorbei. Eieieieiei, also der Lock hat richtig reingeäumelt, Alter. Ich kann dir eine mattierende Kreme für dein Face empfehlen, würde nicht so glänzen, würde nicht 2 Subs geben. Ja, Digga, ich schwitze wie ein Schwein, Alter, und ich habe hier so 2 Lichter, die schreien mir auch genau auf die Stirn, das ist wild.